Der schießt mich ab. Warum schießt er dich nicht ab? Der ist doch vor mir. Wieder eine neue Runde Counter-Strike. Ich hoffe, ich bekomme nicht den Hosenboden voll, Junge, seid ihr bereit? Johnny Casper ist auch mit am Start. Wir joinen auf dem Server, zücken die Waffen und geben euch richtig hart. Freistil for the win, Junge. Jetzt wird's aber los. Und es ist das Triple Mirage. Jawohl. Wir haben es geschafft. Da ist halt ein Karschball. Komm, wir gehen. Wenn wir machen was Schönes da draus, helfen wir. Okay. Außer wir pisten die jetzt. Ja, da bin ich dabei. Ich bin hinter dir. Die sind doch schon wieder weg hier. Kann ja nicht sein. Oh, der hat mir geklatscht. Also, da muss ich sagen, mein Kopf ist pissen und hat erst am Boden geflogen. Da muss ich gleich mal überprüfen, ob er mich auch so klatscht. Aber bestimmt nicht. Aber bestimmt nicht. Ich habe nämlich eine Glocke gebaut. Oh, shit, ey. Ich bin tot. 99 in 1. Okay, alles klar. Also, er ist eigentlich schon tot. Ich habe heute deinen Trailer gesehen. Das Alligator-Medley. Ibelst geil. Ich habe es gefeiert, ey. Vielen Dank, vielen Dank. Das freut mich, das freut mich. Sehr schön gemacht. Ich habe mich wirklich ganz arg angestrengt. Hast du das so professionell abgemischt, dass das so gut klingt? Oder hast du einfach so eine Engelstimme? Ich habe es einfach mit Audacity aufgenommen und Rauscherfernung. Ach so, jetzt ohne Mist? Ja, Audacity, Rauscherfernung, fertig. Boah, also, super Talent ist auch am Start. Ja, läuft. Dankeschön, dankeschön. Ich werde mich da auf jeden Fall mal melden. Der Dieter Bohlen kann sicherlich einiges aus mir rausholen. Alter, Digga. Was ist los? Spielen die alle mit Lenkrad oder was? Ich muss mal direkt dazustoßen hier mit meinem Lenkrad. Pass mal auf. Nicht, dass mein Lenkrad wieder disconnected hier. Ja, ich habe schon ein bisschen Angst. Ich glaube, ich sollte meine Unterhousel lieber anbehalten. Wir werden die nie so ausrotten. Ja, da hat gar keiner auch gesagt, Mensch. Der klatscht gleich richtig. Ich schieße einfach mal, man geht mal in den Po. Sehr gut, sehr gut. Hat aber auch verdient ein bisschen. Ich komme mal raus. Aber es braucht es einer. Ich habe ihn, ich habe den Headshot gegrübt. Ich habe ihn. Nice, nice. Den rasieren wir jetzt. Ja. Oh, nice, Alter. Was geht bei dir, Mensch? Mensch, das war ja Teamwork ohne... Ey, das war so... Das war ja fast wie Wrestling-Teamwork hier. Ja, das war aus dem Zauberbuch war das. Oh, coole AK. Der habe ich gezogen, ey. Da war ich sehr, sehr stolz auf mich, dass ich überhaupt mal so ein Skin ziehe. Die ist echt... Okay, ich bin hinter dir. Ich habe hier 90. Boah, da habe ich ihn. Ist keiner da, ist keiner da, ist keiner da. Okay, ich bin on-spot. Lege ich die Bombe, ja, ich lege die Bombe. Ja, ja, du musst, ich kann sie dir nicht wegnehmen. Ich wollte gerade sagen, Moment mal, Moment mal. Ich gucke oben, du Kitchen, okay? Okay, ich gucke Kitchen. Ich gehe in Kitchen rein, weil ich echt cool bin. Unsere Runde. Noch zwei Gag noch. Winifred, pass auf. Was fühlt sich denn? Die wollen einfach nicht... Die können doch nicht safen hier. Die safen ihre Pistolen. Komm mit, du mal Kitchen. Oh, nee. Nee. Lauf. Nee. Kasperl. Mensch, ey, da ging mir noch ganz schön die Pumpe, ey. Aber hart. Boah, da ist das Arschwasser ganz schön ins Sprudeln gekommen gerade. Aber ordentlich, kannst du mit Gurgeln mit dem Zeug. Dann klatscht er einfach weg. Was passiert denn hier? Da war's Global Aim da. Hart geglobalt hast du da. Ja, 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 da. Ja, man sollte halt mit Lenkrad spielen können. Was macht er eben unsere Bombe? Bombe? Sorry, guys, sorry, please. Sorry, sorry, please. Komm, boom, boom, boom. Iji. Nee, Johnny, Kasperl. Kasperl, natürlich, was wir wollen haben. Bitte schön, bitte, bitte, bitte. Wie er guckt, er hat's doch nicht mehr aufgehoben. Ah, jetzt, jetzt. Wie ich einfach letzter bin schon wieder, wie konnte das passieren? War's Global Aim noch nicht da, das kommt noch. Hat gefressen, hat gefressen. Pass auf. Ah, shit, der hat dich gefunden, der hat dich echt, okay. Ja, der hat mich gefressen. Der hat dich, oh. Darfst du. Bin ich alleine? Nee. Bente, du hast Zeit, er ist nicht mehr da. Ja, genau. Pflanze, beschmogen, dann hau ich ab. Die bringt dir Glück. Der hat immer noch Kitschen. Oh Gott. Pokémon, oh, 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 oh. Nice. Da habe ich mich ein bisschen, aber das passiert natürlich jedem Profi mal. Natürlich, das verzeiht dir natürlich auch ein Profi. Nein, durch die Wand hat er mich gepimmelt und ich habe ihn nicht getroffen, was? Ich schwöre aber, gute Leistung. Aber schon gute Leistung, also Teamleistung top, oder? Schon top. Ich schwöre, manchmal passiert mir das, ich bin schon längst um die Ecke und diese Kugel fliegt mir einfach nach, als ob die so einen Autozoom hatte. Einfach um die Ecke. Ja, ja, die will dich, die will dich einfach haben. Oh komm, jetzt Awe, jetzt geht's los. Okay, jetzt will ich aber die Awe Kipower sehen hier. Oh, shit. Oh, da habe ich schon ein Pokéball ins Gesicht gekriegt. Wurdest du gefangen etwa? Oh nein. Er sitzt da in der Ecke. Irgendwann geht. Oh, shit, er hat mich auch geholt. Er sitzt da wie wirklich... Wie so jemand, der einfach in der Ecke sitzt. Ja, ja, ohne Mist. Nächste Runde schmeiße ich dem in die Klopapierrolle. Entgegen, da kann er sich in seiner Ecke noch das Arschloch abwischen. Also da, oder was? Links unten, links unten, links unten. Und in der rechten Ecke war der. Ach so, also hier. Ja, da, ja. Ich mache ihn tot. Komm, das schaffst du. Oh, Gott, ich bin so getänzelt. Oh, shit. So einen billigen Skin habe ich ja natürlich nicht. Stimmt, das. Die ganz teuren Dinger da. Mit Pokémon drauf. Ey, jetzt will er pushen hier. Mit seiner Star Trek Waffe. Jetzt geht es ab mit meiner Star Trek Waffe. Oh, yeah. Sind unsere Mates durch? Ich habe es gefasst. Das schaffst du, komm. Oh, komm. Da ist das Global Aim. Da kam es raus. Da kam es raus. Da kam der Pokéball angeplogen. Ich will ihn fangen. Los, Pikachu. Tada, schau, Blitzattacke. Okay, wir gewinnen. Außer wenn wir verlieren, dann haben wir schlechte Karten. Nein, nein, das sieht gut aus. Super. Easy, peasy, lemon squeezy, easy win. Easy life. Wo wollen wir das nochmal riskieren? Ja, ich glaube, jetzt wird es auch noch besser. Noch besser. Jetzt überleben wir alle. Ach so. Das merkt man direkt, wie wir jetzt gewinnen. Guck mal da. Oh, oh, oh. Und ich sage, guck mal, wie wir das jetzt gewinnen. Und dann, oh mein Gott. Okay, warte, warte, warte. Wir machen was ganz besorgen. Oh, oh. Du lebst noch, gell? Ja, wir rammeln die jetzt richtig in die Bewusstlosigkeit. Vielleicht, glaubst du, wir können einen wegholen von hier unten? Weiß nicht, die stehen da bestimmt alle dick. Weißt du, wenn wir hier einen gucken und dann schnell auf B rennen? Oh Gott, das wäre so schön. Okay, vielleicht rennen wir auch direkt auf B. Oh, nice. Nice. Da kommt es raus. Oh mein Gott, von hinten. Scheiße, nein. Scheiße. Ich habe gerade mit den Waffen rumgespielt. Ich auch. Ich habe die Bombe in der Hand und wollte ein Messer mit der Bombe. Fuck, die Spielkinder hat es erwischt. Hallo Leute, ich lege noch kurz. Oh Gott. Fuck. Der hat Awe, der hat Awe. Der untersteht mich, mein Gott. Ja, ja, ja. Ist down, ist down. Oh, lecker. Wurzelt dir die Awe von hinten, kommt gleich einer. Nein. Nice. Guck mal. Ich habe den Dings gehört, glaube ich. Ja. Ich komme, ich komme, ich komme. Oh mein Gott, der fickt mich. Ich wusste es. Dieses miese Sch... Kam genau von da oben, oder wie? Ja, ja. Ich sage einfach, der kommt von da oben und ich komme wieder zurück in dem Moment, wird gekillt, Digger. Scheiße. Was macht der? Ich wollte gerade sagen, komisch, wer schießt. Er kommt. Ja. Okay, er ist ein bisschen gut. Er ist schon ein bisschen gut. Ja, ja. Er hat wahrscheinlich so geäumt, dass der Gegner ihn gar nicht treffen konnte. Ja, genau. Aus Mitleid. Aus Mitleid. Und er wird gesnipet, der ist Windo und einer ist natürlich mit. Ah, gut gemacht. Fuck. Gönne Dill. Oh. War aber auch easy peasy. Gegen uns, da kann man es einfach nicht mehr. Nee. Kannst du nichts machen. Nee, da kannst du nichts machen. Da machst du nichts. Okay, willst du die AB haben? Willst du die AB haben? Oh ja, dann gib mir die AB. Was willst du denn du? Haben willst du eine AK? Ich hoffe, ich bin doch reich. Ah, du bist reich. Das YouTube-Money fließt. Natürlich auch in CSGO rein. Natürlich, das ist direkter Transfer über Paypal mit. Donate ganz oben in der Videobeschreibung. Genau. Leute, donate it. Ich muss Waffen kaufen für nächste Runde. Bitte. Oh. Ah, jetzt Smoke da. Schieß dich einfach mal rein. Bam, drei T-Mates to. Die schieß einfach mal rein. Oh, unter mir kneift. Nein. Oh, ich hole den hier. Der schießt mich ab. Warum schießt er dich nicht ab? Der Wester ist doch vor mir. Weißt du, wie oft mir das schon in diesem Spiel passiert ist? Bestimmt schon mindestens 200 Mark. Für mich müsste man dann eine Trophäe erfinden, Alter. Ja, normalerweise passiert mir das immer, aber... Aber heute... Aber heute habe ich einfach Glück. Na, heute habe ich den Kaspar dabei. Russen sind in dem Spiel nicht schlecht. Habst du das Gefühl? Ja, oft. Die sind oft echt russisch. Die haben ihre ganz eigene Art und Weise. Manchmal sprechen die auch eine ganz andere Sprache. Keine Ahnung, wie ich den holen konnte, aber ich habe ihn geholt. Der ist hinter mir. Ich wollte gerade sagen, was ist denn hier los? Sag mal, ist der Bedepport nicht? Ich habe ihm noch Schaden zugefügt. Also, läuft. Willst du den Johnny oben sehen, musst du die Tabelle drehen. Ganz einfach. Warte mal, Johnny, ich hole dir direkt mal... Komm, ich hole dir mal hier was auf. Guck mal hier, die Hyper-Biecht. Alter. Digga, das ist doch ein bestimmter Abonnent-Donate, Alter. Siehst du das? Sag ich auch. Das ist aber was. Das ganz Tolle ist das. Das ist was Schönes. Hast du gezogen, oder was? Ja, in meinem allerersten Case-Opening live. Alter, Alter. Schön. Boah, die sieht ja auch noch sehr neu aus, Alter. Sehr gut. Ja, die habe ich fast noch gar nicht vollgeschissen. Ja, ich schwöre, wenn ich jetzt draufgehe, ne? Oh, 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 guck mal. Boah, da kam schon ein Flash. Ja, das war unser Mate schon wieder. Das ist so krass. Der ist so behindert. Der hat euch drei einfach geflasht. Boah, noch mal. Sag mal, was bist du denn da gerade, Mensch? Was? Wie konnte ich sterben? Keiner. Jo, plant. Plant. Ich bente, mein Freund. Jo. Mir werde gewinnen. Ich bin de Kisch. Ey, was macht der mit mir, Digga? Der fistet mich durch drei Wände durch. Oh Gott. Ja. Was machst du gut, mein Freund? Mensch, das war voll der Glück und so. Da habe ich nicht gesehen. Da, hinter dem Auto. Komm, Pokéball. Schlitzattacke. Feuer frei. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was mache ich denn? Komm, der Gelbe, der schafft das. Er hat noch LVP. Oh, Mensch. So zum Thema, dass Russen gut sind. Ja. Oh, da war das Global Engine. Da, da war ganz schön geglobalt gerade eben. Oder Lackshot. Oh, oh. Nein, 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 nein. Ich habe ihn fast, Alter. Der hat gar nichts mehr. Digga, was schluckt der Mensch? Ich habe gar keine Munition mehr. Was war das? Ja. Oh Gott, wie ich gerade voll Lucky hier rummache. Ich weiß auch nicht, wie das passiert. Alter, es lebt noch. Kommt ja alle drauf, oder? Ah, da sind alle tot. Ich bin noch voll unter Strom. Schieß fast auf euch. Es gibt bei Citi auch so eine ähnliche Waffe wie die Teknai, ne? So eine komische. Die macht du ungefähr so, wie ich gerade eben gemacht habe. Ah, super. Weißt du sofort, was du für eine Waffe meinst? Ja, ich weiß. Ich kann die ziemlich gut imitieren. Es gibt auch diese Dam, 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 Dam und diese PAAH. Das Funkel. Oh. Was hast du da für eine schöne? Oh. Die sieht von weiter weg auch immer noch gut aus. Natürlich, der F doch die Shotgun, Digga. Gehen wir direkt auf A. Ich bin dann nicht so gut. Oh mein Gott, pass auf, da ist irgendwas auf Mitte. Gott hat er gefressen ins Gesicht. Oh. Da ist einfach meine Maus hängengeblieben, Mensch. Ich hab's gesehen, wie du so überall drüber so. Man, mein Maus, ich weiß. Aber wenn sie jetzt bekommen. Oh, hast du was Gutes zum Abdecken? Hast du einen guten Abdeckstift dabei? Was hat er gesagt? Ich habe nur ein L gesagt. Aber es war so russisch. Ich konnte es nicht. Oh Gott, die Bombe ist glaube ich kurz. Bei mir. Bombe da in Mitte. Als ob die das versteht. Whisky, Whisky. Oh, kurz, Mitte oben. Mitte oben steht er. Der hat dann, äh, hab ich den einfach zerlegt. Nee, das macht er noch, mein Freund. Ja, Krische, ich komm auch dran. Ja, nice. Super, haben wir. Und ne Awe hab ich auch. Die hast du gut zerlegt. Oh, und Bombe ist da und komm, das machen wir. Gehst du kürz? Ich warte hier. Nice. Da macht das. Oh, was für ein Reflexmensch. Nur seinen kleinen Pipi-Mann hab ich gesehen. Und der war wirklich klein, Kinder. Da braucht ich selbst einen Auto-Zoom hier für diesen App-O-Trop. So muss es laut drei Leute. Johnny arbeitet sich langsam. Ja, ja, ich, also irgendwie, äh, sind unsere Leute aber auch echt gut. Wir haben ja nicht viel zu tun. Oh, aber ein bisschen schon. Oh. Ey, ey, ey. Ey, 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 ey. Okay, das hab ich verstanden, was er damit sagen wollte. Sucke, gibber ne D-D-D-D. Das ist ein Ausdruck, Sucke, weil da wusste ich auch mal, was das heißt. Ich glaub, sowas wie ich liebe, oh fuck, auf dem Spot ist einer. Ich liebe die Pistole, er meinte, er hätte nur noch 9 HP. Alter. Der war fett. Das war echt, das war echt fett. Weiß ich noch, so wie so eine Großmutter. Nimm lieber die Pistole. PAM! Das war super. Das war fantastisch. Das war großartig. Das war einfach... Das war... Das war... Mua! Da war alles dabei. Da waren Emotionen dabei. Ja, da war Schokolade dabei. Da machst du nichts. Das machst du einfach. Das kannst du drehen und wenden, wie du willst. Das war ein Treffer. Das war schon fast ein Quickshot, Digga. Ja, das war eigentlich fast schon 180 No-Scope ohne Waffe. Der kommt jetzt von rechts. Der ist rechts bei dir. Oh, nice. Nice für die Ansage, danke. Sonst war ich verreckt. Ich hab grad so schön eine Hei geschmissen und dachte, ja, ja. Was ein Teamplay. Ich bin stolz auf uns. Aber hart. Auf einmal kommen sie dann, wenn du sie nicht erwartest. Shit. Ja, und ich hab zu lange gebraucht, um die Waffen zu wechseln. Ah, oh, Alter. Du bist nicht erregelt, Digga. Wenn eine Lady am Steuer sitzt. Du machst das. Nice. Ja. Ja, hinten unten. Oh mein Gott, noch einer. Links oben. Nice. Wo sind die? Da. Guck mal, wie er schon rumschreit, unser Russe. Der freut sich für uns. Ja, ultra fett, Alter, wie du hier geklatscht hast. Schumm. Schumm. Guck mein 10-Sens-Skin an, Mensch. Okay. Okay. Easy. Fett. Und dann noch eine Kiste bekommen. Also kriegst du auch noch eine Kinderüberraschung. Na schön. Ja. Super. Super. Ich hoffe, da ist viel Schokolade drin. Viel Schokolade. Da ist das nächste Butterfly drin, Digga. Auf jeden Fall. Ich hab ja schon fünf Stück. Oha. Was die von den Ranks waren. Also ich muss echt sagen, das war nicht schlecht. Ja, das war schon. Digga. Nächstes Jahr sind wir in der E-Sports dabei. Aber hallo. Vielen Dank, dass du mit dabei warst bei der Aufnahme. Kein Ding. Immer wieder gerne. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Abonniert den Kunden, Mensch. Aber sofort, Mensch. Dankeschön. Also vielen Dank fürs Mitmachen und du hast die letzten Worte. Hey, Jürgen Nieser. Haut einfach rein, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao.